Was geht ab, Mann, Hose die Fighter, Hose die hier und auf der globalen Version gab es eine Versionsupdate. Wir befinden uns nun auf Update 4.1.1, schauen uns gleich dementsprechend alle Informationen zum neuen Update an. Das Update diente dazu, die neuen Schlüssel hinzuzufügen, die neuen Keys für Dokkan dementsprechend und natürlich dem Portal of Memories wird es sich hauptsächlich darum drehen. Die Schlüssel wurden nämlich von vielen erwartet, deswegen gucken wir uns das gleich näher an. Zuvor, lasst uns mal einen Blick einwerfen in die ganzen neuen Änderungen, die dazukamen, Freunde. Warum muss ich so lachen? Es ist zwar cool gewesen, also das Update ist geil, so ist es nicht. Die ganzen Änderungen, die wir uns gleich ansehen, die User Interface Anpassung, die Benutzeroberfläche finde ich wirklich sehr, sehr gut übersichtlich geworden. Aber außerhalb davon kam halt nichts dazu. Wir wissen halt immer noch nicht, welche Charakter demnächst kommt, etc. Nehmen wir natürlich stark an, dass AGM ein cooler ist, es sei denn, Goku Black wird vorgezogen. Wann werden wir da schlauer? Spätestens nächste Woche, hoffe ich, denke ich, schätze ich. Denn nächste Woche, gen Ende nächste Woche sollte die Celebration, die aktuell noch gehen, aber dann schräg nicht nächste Woche mit neuen Infos, sage ich mal dazu, Freunde. Spätestens war es, glaube ich, der 21. März geht die aktuell Celebration, oder? Also ganz kurz einen Blick drauf werfen, bevor ich euch Mist erzähle. Geht nämlich, ja genau, bis zum 21. März. Also spätestens bis dahin sollten wir wissen, welche Charakter als nächstes kommt. Aber kommen wir zurück zum App-Update. Nämlich, zum einen wurden die Schlüssel hinzugefügt und Portal of Memories. Das ist quasi das, worum es sich gedreht hat bei der Einführung von 4.1.1. Gucken wir uns gleich an. Außerhalb davon wurde das Homescreen optimiert. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Gucken wir uns auch gleich an. Das sieht komplett anders aus für die meisten wahrscheinlich. Was heißt komplett anders? Aber wie man auf die Events gelangt ist, anders geworden. Das gucken wir uns gleich in aller Nähe an, Freunde und in aller Ruhe. Dann wurde hinzugefügt, dass wenn ein Event offline geht, wird angezeigt, drei Tage zuvor, dass es dann quasi offline geht. Also ein Countdown von drei Tagen wurde hinzugefügt bei Events, die dann offline gehen. Die Mission, das Mission-Interface wurde optimiert. Zudem wurden jetzt alle Daily Missions in eine Kategorie verpackt. Außerdem gibt es ein Accept-All-Button für alle Missionen. Sehr cool auf jeden Fall. Gucken wir uns gleich an. Summ-History wurde optimiert. Jetzt könnt ihr quasi, wenn ihr bei eurer Summ-History reinschaut, wurde das Ganze kategorisiert in Dragonstones, in Friendpoint und in andere Tickets etc. Dann, endlich wurde das hinzugefügt, kann man nun mehr als zwei Kategorien filtern, wenn man quasi nach Kategorien sucht. Werde ich euch auch gleich zeigen. Dann gab es noch am Display gewisse Anpassungen, gewisse User-Interface-Anpassungen und Bug-Fixes. Zum einen der Bug mit den Giant-Form-Transformationen, Giant-Ape, Giant-Form oder Rage. Beispielsweise ist das den meisten, beziehungsweise haben das die meisten wahrscheinlich gespürt beim Izee von Gogeta, als sie ihn besiegt haben mit einer Transformation von denen. Dann ist das Game gecrashed. Das gab es aber auch schon zuvor, lange zuvor in dem Spiel. Und das wurde erst jetzt gefickst. Also Halleluja. Und ein paar andere Bug-Fixes gab es ebenso. Gab für die Wartung drei Sons. Danke in Annen, sag ich dazu. Was soll ich dazu sagen? Aber, das Wichtige mit diesem Versions-Update ist dann, das Portal of Memories, Freunde, wurde hinzugefügt. Zum einen, um es ganz kurz zu sagen, wir gucken uns gleich natürlich alles in Detail an. Um es ganz kurz zu sagen, kann man diese Schlüssel nutzen, um inaktive Events zu spielen. Nicht alle, aber die meisten. Und mit der Zeit werden dann alle hinzugefügt. Ich sag mal folgendes, neue Events zum Beispiel, die wird man natürlich nicht direkt dann, nachdem sie offline sind, mit den Schlüsseln spielen können, weil sie erst online waren. Aber nach und nach wird das Ganze hinzugefügt quasi, wie gesagt, kurz gefasst. Die Schlüssel kann man benutzen, um inaktive Events zu spielen. Wo und wie, gucken wir uns gleich an. Wenn euch einmalig einloggt quasi, oder jetzt einloggt, Freunde, im Spiel oder euch schon eingeloggt habt, dann bekommt ihr zum einen folgende Keys, die gelistet sind. Und die Keys sind dann unterteilt, die Schlüssel. Ihr seht Historic Keys, Growth Keys, Challenge, Z-Battle Keys. Und der eine oder andere kann sich schon merken, okay, diese Schlüssel werde ich dann quasi verwenden können, um die Events zu spielen. Und genau. Zukünftige Schlüssel werden wir bekommen, auch durch Login-Boni, durch zukünftige Missionen und seine Sofortfreunde. Die wird jetzt quasi Free-to-Play geben für uns. Und genau. Dann gehen wir mal rüber, bevor wir uns das im Detail ansehen, was hat sich denn jetzt hier quasi geändert. Nun, zum einen, wenn ihr jetzt auf die Mission geht, ich versuche mal ganz kurz mir vorzustellen, wie ich das am besten mache. Und zwar gucken wir uns erstmal Login-Boni an. Ich glaube, ja genau, lasst uns erstmal die ganze Schlüssel abholen. Accept-All-Button wurde, glaube ich, unten rechts hinzugefügt. Damals auf JP war das ganz verwirrend. Ich habe immer normalerweise oben rechts drauf geklickt oder drauf getippt. Und jetzt ist unten rechts, wenn mich alles täuscht. So war es zumindest in JP. Ich glaube, auf Global ist auch neu. Es sei denn, es war schon lange Zeit zuvor auf Global unten rechts. Ihr weiß gerade gar nicht, wenn ich gehe da intuitiv rein und klick da einfach drauf. Jedenfalls, Accept-All-Button ist dann unten rechts. Ihr seht jetzt, die ganze Schlüssel gab es jetzt. Dann bei den Missionen, Freunde. Das meinte ich mit, dass die Daily-Missionen kategorisiert wurden. Alle Daily-Missionen, sei es die Standard-Daily-Missionen von Dukan selbst oder aus Celebrations oder Campaigns, diese sind nun oben, Freunde. Oben, wenn das Ganze mal laden würde, BD, dann je. Oben hier, oben sind die ganzen Daily-Missions, wie gesagt, sei es aus dem Special-Campaign. Ihr seht jetzt zum Beispiel, aktuelle Campaign-Daily-Missionen ist, dass man drei Stages kleiert oder quasi die Standard-Daily-Missionen hier, dass man trainiert von Dukan. Die sind jetzt alle oben kategorisiert. Finde ich cool. Kann man auf jeden Fall hier alles abholen an der Stelle. Und Accept-All-Button für die Missionen wurde hinzugefügt. Ich wurde oft gefragt, ey, Oso, wieso nimmst du deine Missionen nicht an? Das waren quasi alle Rank-Up-Missionen. Ich habe da einfach darauf gewartet, dass jetzt dieser Accept-All-Button hinzugefügt wurde oder wird. Und dementsprechend kann ich dann das quasi alles einsammeln, dass dann dann quasi diese Rank-Up-Missionen, die ich dann noch offen hatte. Zudem, was auch wirklich sehr, sehr gut ist, gucken wir uns gleich an auf der Stage, habe ich vergessen zu sagen, aber im Endeffekt sehen wir das dann gleich. Ja, ihr seht, das Accept-All-Button richtig geil, auf jeden Fall wurde alles akzeptiert. Zudem wird auch bei den Events an sich nochmal einzeln angezeigt, welche Missionen es bei diesem Event gibt. Was meine ich damit? Gehen wir mal gleich rein am besten. Aber, warte mal, wo ist dieses Switch-Button, wo man zwischen Event und Quest switcht, gibt es nicht mehr, Freunde. Alles ist jetzt quasi in diesem einen Start-Button. Wenn ihr hier einmal draufklickt, dann seht ihr, wow, okay. Oben links gelangt ihr zu den Quests, oben rechts zu den Events, unten links World Tournament, unten in der Mitte zum Battlefield Ultimate Clash und unten rechts zum Portal of Memories. Das wurde quasi neu hinzugefügt. Also das ist alles quasi das, was sich geändert hat. Ich finde es angenehm mit der Zeit, also intuitiv ist es auf jeden Fall. Du klickst einmal hier drauf und dann weißt du schon, man gewöhnt sich an sowas, wo du draufklicken musst. Jetzt, bevor wir zu den Portal of Memories gehen, Freunde, wenn ihr einmal auf Event klickt, dann wird hier quasi zumal angezeigt. Jetzt geht, glaube ich, kein Event in den nächsten drei Tagen offline, aber dann wird quasi unten rechts angezeigt, dass es in drei Tagen offline geht. Kann man auch, also ist auf jeden Fall nett anzusehen, dann weiß man, okay, das geht offline. Aber was ich viel geiler finde ist, zum einen wird bei den einzelnen Events, wie gesagt, angezeigt, welche Missionen ihr dann noch offen habt. Zum Beispiel hier steht dran, drei von 21. Ich habe hier nur drei Missionen von 21 geschafft. Wenn ihr hier dann unten rechts auf Mission dran klickt, dann seht ihr genau, was ihr machen müsst für dieses Event. Also das ist, finde ich, wirklich sehr cool. Und dann könnt ihr auch quasi, wenn ihr alles auf einmal habt oder mehrere, hier auf Exit All klicken, dann bekommt ihr das alles. Finde ich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Allein so vom Interface her, von der Anfahrt, vom Nutzen her, ist wirklich sehr, also es ist nutzerfreundlich, sage ich mal. Genau, dann, wie gesagt, das Letzte, bevor wir uns zum Schluss das Wichtigste anschauen, die Portal of Memories. Ihr seht es auch schon unten rechts, kann man direkt draufklicken. Wegen den Kategorien, Freunde, ganz kurz. Ihr könnt jetzt quasi mehrere wählen, ja, und dann könnt ihr quasi euch, ja, hier gucken, welche Charaktere sind aus dieser Kategorie. Finde ich gut, dass es hinzugefügt wurde, endlich mal. Und genau, jetzt in den Portal of Memories. Entweder ihr gelangt hier komplett direkt von der Startseite, oder dann, wie gesagt, bei dem, wenn ihr auf der Eventseite oder bei den Quests, oder bei, ja, das steht da unten rechts, hier steht es euch jetzt Event dran, und bei der, an der Stelle würde dann quasi Portal of Memories dran stehen. Ob so oder so, Freunde, wenn ihr dann zu diesem Portal of Memories gelangt, seht ihr, vom, äh, von der Aufteilung her ist es ähnlich, wie wir es kennen von den Events. Sie haben ganz links die Stories, dann in dem, äh, äh, dann in dem, äh, dann im Growth Challenge Limited. Es gibt's gerade keine Events, die inaktiv spielbar sind. Und dann Z-Battlen, das sind die Extreme Z-Battlen. Und ihr seht es auch schon, die Farbe der Schlüssel ändert sich. Wenn ihr jetzt eines dieser inaktiven Story Events spielen wollt, dann könnt ihr diese grünen, dann verbraucht ihr keine Seminar, sondern ihr verbraucht diese grünen Schlüssel. Beispielsweise, wenn ich jetzt z.B. mal das Story Event, oder wo ist das Ganze hier, gehen wir mal runter, das irgendein Story Event hier, wenn das Ganze mal laden würde, weiß gar nicht, was da los ist in letzter Zeit. Hier z.B. dieses Story Event spielen wollt, Informationen bekommt ihr alle, Freunde, müsst ihr einfach nur draufklicken, dann ist da, wie immer, gelistet, was und was ihr, oder wo ihr was bekommt, was, wo, droppt aus welcher Stage. Jedenfalls könnt ihr da quasi hingehen. Schatz Seminar, wie gesagt, würdet ihr quasi zwei Schlüssel verbrauchen, wie es da dran steht. Genau, Growth, wie gesagt, genau, wie gesagt, das ist quasi nur das von Bulma, das, äh, die Item Stage. Und hier braucht ihr dann blaue Schlüssel für Challenge, das sind die Docker Events, das sind dann schwarze Schlüssel, die könnt ihr dann spielen, die inaktiv sind. Und beim Extreme Zettel braucht ihr die roten Schlüssel. Natürlich sind das nur die inaktiven Events, Freunde, wenn die Events online sind, dann findet ihr sie nicht, sondern könnt ihr quasi dann, wie immer, üblich bei den Events spielen, gegen Seminar. Aber, Vorteil, was jetzt daran, beispielsweise LR Virus. Ihr habt LR Virus und konntet einfach, verdammt nochmal, nicht die Pudding Farm, weil das Event nicht online war und nicht online kam. Jetzt könnt ihr quasi mit diesen Schlüsseln diese Pudding Farmen aus Virus, seinem Story Event. Hört's erstmal geil an, jeder freut sich, jawohl, jetzt gleich endlich mein Virus awaken, aber nein. Warum nein? Also, ja, zum einen könnt ihr die Pudding Farmen durch die Schlüssel hier. Auf welcher Stage ist das? Stage 2, glaube ich. Zum anderen jedoch, ja genau, könnt ihr sie nicht verwerten bis jetzt. Warum? Denn diese Pudding wurden nicht in den Barbershop hinzugefügt. Also müsst ihr, ihr könnt da die Pudding Farmen, ihr müsst aber warten, bis das Event trotzdem offiziell zurückkommt, damit quasi hier die Pudding Section hinzugefügt wird. Was für ein Rotz ist das? Das ist, wer hat das gemacht? Das ist übertrieben dumm gemacht. Zum einen war es auf JP auch so mit der Einführung der Schlüssel, aber seit ein, zwei Wochen wurde das eben auf JP dann permanent hinzugefügt. Also diese Pudding sind jetzt permanent im Barbershop, weil ihr logischerweise mit den Schlüssel das Event oder die Pudding aus dem Event farmen könnt, auch wenn sie inaktiv sind und dann könnt ihr es direkt eintauschen. Also das ist gut, aber warum wurde das nicht auf Global direkt hinzugefügt? Warum müsst ihr jetzt quasi auch warten, bis das permanent hinzugefügt wurde? GG! So was verstehe ich halt nicht so. Voll viele haben darauf gewartet, viele haben gehofft, okay, vielleicht wird das permanent hinzugefügt und dann denke ich mir so, das ist doch keine große Sache, warum wurde das nicht hinzugefügt? Naja, overall, Freunde, zusammenfassend zu den Schlüsseln, wie gesagt, man kann inaktive Events spielen mit den Schlüsseln. Ich hoffe, das ganze Video hat euch dennoch gefallen, Freunde. Wie gesagt, die Anpassung an sich finde ich wirklich sehr cool. Ist intuitiv, Freunde, mit dem X-Act-All-Button, wenn ihr euch einmal dran gewöhnt, dann ist es wirklich sehr intuitiv. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, was ihr von dem App-Update haltet, was ihr von der Schlüssel haltet und genau, dann hoffe ich, müssen wir aber nicht allzu lange warten, bis diese Pundings da permanent hinzugefügt werden. Aber ja, was soll man machen? Das ist, keine Ahnung. Normalerweise direkt so einen Beschwerdebrief schreiben. Naja, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Einen schönen Tag euch auf jeden Fall noch. Bis dann. Peace. See vous. It won't be alright.